Tischt 27, Bettina Wien gegen Tobias Schlegel, Bettina Wien gegen Bettina Wien gegen 28, Tischt 28, David Schaar gegen Florian Hülsberg, Florian Hülsberg gegen David Schaar, 28, an 3 Sieg, Christian Zeil gegen Markus Stäuber, Markus Stäuber gegen Christian Zeil, an 3 Sieg, an 3 Sieg, Dennis Abtageck gegen Bernd Schulz, Bernd Schulz gegen Dennis Abtageck, an 3 Sieg, an 3 Sieg, Bruno Kräber gegen Eiko Großhabel, Eiko Großhabel, Bruno Kräber, an 3 Sieg, an 3 Sieg, an 3 Sieg, an 3 Sieg, Sask模ane preliminary für eruiert, den Eiko Großhabel an 3 Sieg, an 4 Sieg, an 3 Sieg, dich an 1 Sieg, an 3 Sieg, an 3 Sieg, gegen Niki Preisiger, Niki Preisiger gegen Andreas Ischermäuer und Heidtasch. Tisch 4, Rasmus Heinzlösel, Arturo Caletta gegen Robert Atta, Robert Atta gegen Arturo Caletta am Tisch 4, die wird vor. Tisch 13, Ingo Streile gegen Ilena Causetti und Sylvain. Sylvain Causetti gegen Ismail Sabah gegen Ingo Streile am 13. 15, Wolfgang Mitter gegen Jaffin Jock, Wolfgang Mitter und 15. 19, Markus Schilling mit Tobias Mattais. Tobias Mattais gegen Markus Schilling mit 19. Erster Wiederaufruf für den Spieler Julgant Strecker. Julgant Strecker, erster Wiederaufruf. Allgemein mit Stavan Kraus in der 07. Windskrete, die wir mit Stavanstag тех Betracht haben. Um zu brechen, heben sie, schauen wir mal, siehst du. Und dann verlassen wir endlich mal ein bisschen auf. Genau, da kommen noch den Boden rein. Dann sind dann auch eine kleine Möller. Sind sie so schön, ich bin nichts mehr dran. Auch bei Stavanck, siehst du, weil sie sich um hier zu einem An Tisch Nr. 31, Linda Amtscherepan gegen Salvatore Lombardo. Salvatore Lombardo gegen Linda Amtscherepan, an Tisch Nr. 31. An Tisch Nr. 24, Tobias Haberkorn gegen Fabio Di Santo. Fabio Di Santo gegen Tobias Haberkorn, an Tisch Nr. 24. An Tisch Nr. 20, Thomas Fischer gegen Stefan Kentelbacher. Stefan Kentelbacher gegen Tobias Fischer, an Tisch Nr. 20, an Tisch Nr. 16. Michael Reh-Berwee gegen Johannes Kirsch. Johannes Kirsch gegen Michael Reh-Berwee, an Tisch Nr. 16, an Tisch Nr. 10. Daniel Baumann gegen Bert Schätzle. Bert Schätzle gegen Daniel Baumann, an Tisch Nr. 10, an Tisch Nr. 9. Dennis Schwetzer gegen Dominik Rotschmann. Dominik Rotschmann, die Tennis Schwetzer, an Tisch Nr. 9, an der Startverlust. An Tisch Nr. 5. Kann ich jemand hören? An Tisch Nr. 5. Christian Wagner gegen Kurt Seisenberger gegen Fimo Leinbach und Michael Friedrich. Michael Friedrich um Timo Leinbach gegen Christian Wagner und Kurt Zeisenberger. Reichelberg an Tisch Nr. 5. An Tisch Nr. 3. Jürgen Siebenrock und Hubert Baader gegen Laurent, Rogair und Stefan Dick. An Tisch Nr. 2. Siebenrock und Bader gegen Rogair und Stefan Dick. Stefan Dick und Rogair gegen Siebenrock und Bader. An Tisch Nr. 2. Ich bin wieder da rein, ich bin wieder mit dem Mikro. Jetzt ist er in der Arsch. Let's get it on! Erst wieder Ausruf für Kong Duk Nguyen. Kong Duk Nguyen hat 3 Minuten Zeit mit einer Turnierweite zur Welt. Der Spieler Kong Duk Nguyen mit der Nummer 5090 hat 3 Minuten Zeit, um zu kommen. Kong Duk Nguyen hat 3 Minuten Zeit mit einer Turnierweite zur Welt. 39 Niklas Grote gegen Alain Bézard. Alain Bézard gegen Niklas Grote an 39. An dem Nummer 21. Oliver Kugebos und Roberto Buscchio gegen Alexander Demel und Kai Kose Rovi. Kai Kose Rovi gegen Oliver Kugebos und Roberto Buscchio. Duk Nguyen hat 3 Minuten Zeit mit einer Turnierweite zur Welt. 4 Minuten Zeit mit einer Turnierweite zur Welt. 3 Minuten Zeit mit einer Turnierweite zur Welt. Ismail, 1st record von Spieler Ismail Zaban und Ingo Treide. Ismail Zaban und Ingo Treide, ihr habt die Lieblingszeit zu kommen, sonst werdet ihr erst testen. Zaban von Schreide bitte jetzt zu hoffen, die anleiten. Simon Kirschmann, Matthias Kirschmann, Daniel Kirschmann und Thomas Kirschmann. Wieder einmal zu den Ereignissen. Ismail Zaban. Ismail Zaban. Tables 13. Julian Strecker. Zweiter Wiederaufruf für den Spieler Julian Strecker. Der Spieler Julian Strecker hat den ersten Platz verloren. Sie hat den ersten Platz verloren. Du hast drei Minuten Zeit, die dir zu melden. Ansonsten ist das Mess verloren. Julian Strecker, deine letzte Möglichkeit, sonst hast du das Spiel verloren. Bitte zur Turnierleitung. Der erste Wiederaufruf für den Spieler Joachim Jopp. Der Spieler Joachim Jopp hat drei Minuten Zeit, steht hier bei der Gemeinde zur Welt. Das ist der erste Bewegung. Das ist der Press verloren. Joachim Jopp. 자. Das ist der Europese. Yippel. harmful. Si. Probieren sollten wir.. weil ich glaubster Linke sind Die Spieler, Moton Vérez, bitte kommen Sie auf die Stage. Moton Vérez, mit der Nummer 6046, bitte kommen Sie auf die Stage. Die Spieler, Moton Vérez, mit der Nummer 2546, bitte kommen Sie auf die Stage. Die Spieler, Moton Vérez, mit der Nummer 2546, bitte kommen Sie auf die Stage. So, 29, Mustafa Gürler, mit Ergün Gildiz, mit Ergün Gildiz, mit Mustafa Gürler, am Tisch Nummer 49. Nummer 33, Restoffel-Le-Rat in Parti Park, Parti Park in Restoffel-Le-Rat in 33. 32, 33, 43, 43, 33, Reni Marx gegen Matthias Elverger, Elverger, Marx, Reni Marx gegen Matthias Elverger, am Tisch Nummer 49. David Sölvi, Tisch 30. Drei, beißen Sie. Drei, beißen Sie. Drei, beißen Sie. Drei, beißen Sie. Ah, kein Argument. Waren Sie. Tisch 35, Neuling Einzel, Alexander Müller und Robert Dietlmeier, Dietlmeier gegen Müller, 35. Tisch 27, Niklas Karouche gegen Lampro Halbatzis, Lampro Halbatzis gegen Niklas Karouche am 27. Tisch 28, Niklas Karouche gegen Mitleucht acreditaus, Lampro Halbatzis gegen Lampro Halbatzis gegen Niklas Karouche gegen Lampro Halbatzis gegen Niklas Karouche gegen Niklas Karouche gegen Ile Consult Kerstin Rode gegen Tobias Meier 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 ... 23... ... Danke. Ja, ja, nee, nee. Alles gut. Warte, er ist sicher, und du kannst mir das nicht bestimmt. Achso, ja. Ah, keine Ahnung. Okay. Kücht 12! Herbert Schönberg und Gülentzschelig gegen Marcel Wefers und ihres Kampfes. Ihres Kampfes von Marcel Wefers gegen Gülentzschelig und Herbert Schönberg, Artisch 12. Erster Wiederaufrohr für Markus Grimm. Erster Wiederaufrohr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017